Top Trumps Toro Autoplay Das brauchst du nie mehr Winter Herzlich Willkommen zum neuen Let's Shake und zwar Top Trumps Toro Also Willkommen zu TTT Darauf haben bestimmt so viele gewartet Willkommen zu Top Trumps Toro Wenn du helft, halt, log around the main menu You are ready, hit the play button to begin Ja, äh, das ist ein Spiel, das hatte ich in diesem Premium Key da Bei MMOGA doch da diese Surprise Dinger da Fünf Stück Surprise mal geholt Äh, und ja, und gelogen Das Spiel kostet 18 Euro Und ich seh die Grafik dafür Okay, play Einstellungen erstmal Was? Ja Geh, okay Gar nichts umzuschwimmen, das, das Exit Hä, ist die Grafik wieder? Was soll das sein? Hier, egal mein Deck, wir spielen erstmal Ja How to play Top Trumps To play a standard game of a Top Trumps Deal the cards face down equally among the players Each player holds the cards face up and may only lock at the top card Don't let the another player see your cards Egal Ja, lass mich einfach spielen Warum, Frage, Frage Ja, Movie Heroes Äh, Sport Wie krieg ich denn Hä? Ich wollt Ich wollt gar nichts Warum hab ich das jetzt? Ich kann nicht mal weiterschalten Hä? Lol Das Spiel ist einfach katastrophal Ich kann nicht mal ein Deck aussuchen Ach da Wow TV Ja, gleich in ihm Äh, Popstars Sports Ist das Und Movie Heroes Äh, okay Dann würd ich sagen Noch das Popstars TV haben wir Nehmen wir Toys Ne, Toys haben wir schon Nehmen wir einfach Wow Oh Gar nicht in ihm Ich weiß nicht wie lang das The Mini Games To beginn playing Press the spinner So we're randomly Choice A game for you Hey Fun Ja Let's go Spin to choice a game Au Alter Die 18 Euro haben sich Schon mega gelohnt Äh, mein Hund will raus Das kann jetzt ein bisschen laut werden Win two lighters Äh, kurzer Cut So wie der da Tutorial Gain two stars Gaining two stars Is simply You win two stars Adding a item for each to you turbo bar Game two Game two Okay Top 20 Also hat nichts mit Donald 20 Kann ich endlich spielen Okay Ich hab keine Ahnung Was ich hier machen soll Hilo Wer ist Hilo So Äh, ist mir der Gern der Scheiße Wollah Play Okay Der entscheidet jetzt was wir spielen Wollt Boah Alter Krass Ah Und das letzte Hä Oh Ah Krass Krasse Karten hat der So Ja Ja Mein Deck Ich hab null Ahnung Hä Ich hab hier das ganze Spiel nicht Also Für 18 Euro Top Game Darf ich jetzt wieder Ah Und jetzt Ist das hier So eine Art Rathenspiel Also Schon wieder dasselbe Achso Ah Ich hab zwei wieder Oh was Hä Ich hab hier dieses Spiel nicht Hä Hä Also Vielleicht Einstellung hier Ne Continue Oh Achso Okay Hallo Wie hat der jetzt Also ich glaub das ist meins Das ist seins Ne Ist nicht seins Oh Ja Auf jeden Fall ist das sein Deck Äh Sorry wegen dieser Grafik Bugs Ohne Ungelogen Das Ist so Das Spiel Also Falls ihr nicht wisst Von mit 18 Euro Hier ist ein super Game Was richtig Spaß macht Ohne Verwirrung Man kommt Man kommt Weißt sofort was Was man spielen muss Und alles Head to Head Spinner 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 Okay Einfach spielen Los Spin Und Irgendwie hab ich gefühlt Da sind nur meine Scheiß Deck TV Okay Player One Oh Äh Keine Ahnung Und Wer ist das denn Ich weiss doch gar nicht mal was für Karten das sind Ja Oh You want Hä Was soll ich denn da anklicken Oh Ah Das ist gut Stark gekontert Das muss man sagen Stark Aber jetzt musste ich irgendwie auch mal punkten Ich nehme mal einfach das Hä der nimmt mir mal dasselbe Kann doch nicht wahr sein hier Ja Versucht mir einfach die Sterne hier Ich bin wieder ne Ich bin nämlich Mitte Ey Warum hat er Der nimmt immer dasselbe wie ich Ja jetzt nochmal oder was Jetzt hat er eh wieder dasselbe wie ich Ich weiss auch nicht Was denn Los mit dem Ach so Er hat jetzt richtig Er hat einen Punkt Bis null oder was Ja Ich find' toll Okay Ich find' einfach toll Ich hab' Vier Auswahlmöglichkeiten Ich hab' ne Ich hab' Keine Ahnung was Hä Ach jetzt ist er dran Und ich Und ich Ich hab' zufäll' irgendeine Ich glaub' das endet hier nie Computers Turn Was wird denn der? Oh Da hat er mich Da hat er mich Äh Ich kann nicht mal wählen Computer Computer willens Ah Ich kapier' das nicht Warum ist der denn schon wieder dran? Ja Toll Danke Super Spiel Ah Hat das Spaß gemacht Alter Ich glaub' ich spiel' das nur noch in meinem Leben Oh Ist das geil Steal Äh Stealer Star Ja Ich bin aber nicht dran Ja Ganz zufälligerweise Ja mein Ich Muss hier Mal Oh der gewinnt gleich Oh nein Mein Deck Hallo Ja Okay Ich hoffe es kommt nie wieder dieses Karten-Game Ja Hallo Was soll ich denn machen? Wow Ich krieg da 5000 mal an Chosen Deck TV Nein Ich will Nein Oh nein Nein Mama verschont mich Ja keine Ahnung Das Oh Hallo Ja cool ist das Spiel abgestürzt Keine Ahnung Nach oben Was bringt denn das? Ich hab keine Ahnung Was hab ich gerade gemacht? Ich will nicht mehr Hilft mich Ja Geil Der hat gewonnen Ja super Krass noch einkommen Herzlichen Glückwunsch Turbofanai Ja Oh nein Doch nicht das als Ah Ah Ich hab zwei nehmen Er hat ja zehn Ja cool Zieh mich ruhig ab Ganz ehrlich Man kann nicht stolz sein wenn man hier auf das Oh nein Ich mach einfach gar nichts mehr Ich geh mir die Nase putzen Ah da ist ein Taschentuch Ja Ist echt gemütlich Äh Ihr könnt das zu lange gucken Ich mute mich ganz kurz Oh Ist das grandios oder zu zu gucken ey Ich glaub ich hab noch nie so ein geiles Game in meinem Leben gespielt Wenn jemand fragt was zock ich eigentlich so sag ich Top Trumps Turbo Oder ein bisschen um die zu pranken TTT Wenn die fragen Ach Leute Wollen wir mal mitspielen sag ich ja klar Und dann zocken wir jetzt so Äh Mein Das Game zu Weiß ich was Zu viel geht das manchmal Also Ich empfehle dieses Spiel herzlich Also Ganz ohne Ohne Scheiß Für 18 Euro ist das Spiel geschenkt Also Das ist grandios Guckt doch wie viel Spielspaß ihr haben könnt Einfach Top Computer ist auch ganz leicht zu schlagen Sinnig überdrehen Ja Komm Ein Leben noch Das schaffst du Computer Bitte Mach bitte Verschon mich mit das Spiel Ich will nicht mehr Ja Ja Turbo Champion Gut gemacht Computer Natürlich hast du mich erlöst Von dieses Game Ah ich finde das irgendwie doch schade Was? Well done Ja Äh Äh aufs Aber Warte mal Achso Spiel Archivements Ich dachte Äh Aber auf 7 hat das keine Ich dachte schon Ich hab damit meine Äh Dings versaut ey Mein Archivements Reihe da Auf 7 Naja Irrelevant Ich würde sagen 18 Euro Und sich ist wie geschenkt Finde ich Äh Falls ihr nicht wisst was Vielleicht mal als 7 geschenkt so Wenn jemand Geburtstag hat Schenkt ihnen das Ohne Scheiß Der wird sich freuen Das ist das geilste Game 2017 Glaubt mir Scheiß auf FIFA 18 Pass 18 Äh South Park Die Regulative Irgendwas Oder wie das heißt Zeitprobe Irgendwie so Rektakuläre Zeitprobe Äh Was kommt denn noch so Keine Ahnung Und die Restlichen Alle Spiele Auch das wird auch 2018 Locker gewinnen Naja Leute Bevor es ein mega Lang gezogener Part von Dieses geile Game ist Was man natürlich bestimmt Gerne so ein 2 Stunden Video Oder so dazu gesehen hätte Würde ich sagen Äh Danke fürs Zuschauen Und bis denn Das Spiel ist mir zu krass